Massimo Oddo Italien ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Karriere Oddo spielte vom 16. bis 17. Lebensjahr für seinen Heimatverein Renato Curi Angolana, der nach Renato Curi benannt wurde. Dem Jugendalter entwachsen gelangte er zum Erstligisten AC Mailand, für den er in zwei Spielzeiten kein einziges Ligaspiel absolvierte. Um Oddo dennoch Spielpraxis zu ermöglichen, wurde er über Leihgeschäfte zunächst an Drittliga-Vereine in Fiorenzo, Oladada, Monza, Prato und Leco. Dann an Zweitliga-Vereine, abermals in Monza und Neapel abgegeben. Erst zur Saison 2001 wurde er aus dem Mailänder Vertrag entlassen und erhielt beim Erstligisten Hellas Verona einen solchen. Nach zwei Spielzeiten, 64 Spielen und neun erzielten Toren verließ er den Verein, der am Ende der Saison in die 2. Liga absteigen musste. Es folgte eine vier Jahre währende Vereinszugehörigkeit beim Erstligisten Lazio Rom, für den Oddo 135 Spiele bestritt und deren Spielführer er war. Bevor er unmittelbar nach der Begegnung zwischen Lazio und dem AC Mailand am 21. Januar 2007 zu seinem ersten und gegenwärtigen Profiverein zurückkehrte, für die Begegnung mit seinem künftigen Arbeitgeber Mailand wurde er sicherheitshalber aus dem Kader gestrichen. Im Sommer 2008 wechselte Massimo Oddo leihweise zum FC Bayern München in die Bundesliga. Sein Debüt gab er am 13. September 2008 in der 67. Minute für Christian Lell eingewechselt beim 3-0-Sieg der Bayern beim 1. FC Köln. Des Weiteren kam er zu sieben Einsätzen in der Champions League und zwei im DFB-Pokalwettbewerb. Die Bayern besaßen eine Kaufoption für Oddo, nahmen diese, wie am 22. Mai 2009 bekannt gegeben, nicht wahr, so dass Oddo zum Saisonende zum AC Mailand zurückkehrte. 2011 gewann er mit seiner Mannschaft sowohl die italienische Meisterschaft als auch italienischen Supercup, als die Mannschaft am 6. August 2011 in Peking Inter Mailand mit 2 zu 1 besiegte. Im August 2011 wurde Oddo vom AC Mailand für ein Jahr an den Liga-Konkurrenten US Lecce verliehen und beendete dort auch seine Laufbahn als Profifußballer. Im Rahmen des Fußballskandals im Jahr 2013 um Transferverträge wurden auch Verträge von Massimo Oddo nach Unregelmäßigkeiten untersucht. Bis auf die U21-Nationalmannschaft durchlief Oddo sämtliche Jugendauswahlmannschaften, bevor er am 21. August 2002 in Triest bei der 0 zu 1 Niederlage im Testländerspiel gegen Slowenien in der A-Nationalmannschaft debütierte. Sein bis heute einziges Länderspieltor erzielte er am 7. Oktober 2006 in Rom beim 2 zu 0 Sieg über die Ukraine im dritten EM-Qualifikationsspiel per Strafstoß. Oddo gehörte 2004 dem EM und 2006 dem WM-Kader an. Sein einziges Spiel im Turnier in Deutschland bestritt er im Viertelfinale beim 3 zu 0 der Squadra Asura gegen die Ukraine, als er in der 68. Minute für Mauro Camoranesi eingewechselt wurde. Sein letztes von 34 Länderspielen absolvierte er am 6. Februar 2008 in Zürich beim 3 zu 1 Erfolg über Portugal. Erfolge Lazio Rom italienischer Pokal 2004 AC Mailand italienischer Meister 2011 Champions League 2007 UEFA Super Cup 2007 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2007 Italienischer Super Cup 2011 Nationalmannschaft-Weltmeister 2006 Sonstiges Sein Vater Francesco spielte ebenfalls Fußball und übte das Traineramt aus. 2 1 2 3 1 2 2 6 b